Dieser Ford Rhein-Genit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und noch vieles mehr. Das stufenlose 6-Gang-Automatikgetrieben des Diesels überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.